Hi Freunde! Willkommen zurück in Astroflux. Es gibt wieder mal eine neue Mission. Wo müssen wir denn hin? Dafür nach Mitrillionen. Oh, da gibt's aber. Naja, wir bleiben nicht hier. Ach du Arsch, du! Du Arsch! So, wir müssen ja hier noch ein paar Viecher killen. So gut, ein neues Artefakt. Jetzt wo ich hier die ganze Zeit mit Artefakten zu tun habe, habe ich irgendwie wieder Lust, Warehouse 13 anzugucken. Hm. Braucht nicht. Hab's doch erst letztens gesehen. Und zwar alle Staffeln. Weiß ja nicht, ob's schon wieder neue gab. Wer weiß das schon. So. Wie viele noch? Ach du große Kacke. Ach du große Kacke. Na ja, was soll's. Ich könnte theoretisch mal abgeräten gehen. Irgendwas. Die Waffe zum Beispiel. Hab ja jetzt 22... Ach, ich brauch 24.000. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt! Habt. Zu wenig. Ja, ja, so ist das nun mal. Manchmal zu 888 Gegner killen. Dann fällt mal wieder Stahl. Und man kratzt dann wieder ab. Jetzt wieder eine runde Gefluche. Und dann wird wieder irgendwas gekillt. Hehe. Hey, das sind aber einige. Macht mich vielleicht platt. Pech ab. Vor allem, wenn ich dann noch in dieses scheiß Ding da reinfliege. Diesen weißen Asteroiden. So. Okay. Gut. Stirb. Gut. Stirb im Einfach. Ist mir am liebsten, wenn ihr einfach nur stirbt. Was ist denn das jetzt für ein Arschloch? Oh, 1175. Ich hab selbstmord bekommen. Und jetzt glaub ich ja wohl selbst nicht. Na ja. Wo war denn mein Todesding da? Da oben. Jetzt düsen wir mal da hoch. Wo war's denn? Wo war's denn? Da drüben. Oh. Da will ich nicht hin. Da begeh ich dann nur wieder Slash-Mod. Obwohl ich keinen begonnen habe. Ach, das war mein Todesding da. Aha. Nein, du pauschst mir nicht zu nah. Huh. Selbstmordschadentäger. Bin ich dann? Hö. So, da war grad noch was Schönes. Da. Bleib stehen. Du Wutz. Gut. Das gehört mir. Oh, weg da, weg da, weg da. Oh je. Komm, stirb doch einfach. Gut. Nicht zu nah an die Dinger hätten. Oh, was ist denn das für eine grüne Kacke? Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Haha. Wieder eins gekillt. Grüne muss ich killen. Auf jeden Fall. Na komm, bleib doch weg von mir. Arschranden. Mann. Ihr wisst schon, dass ihr nervt, oder? Bin ich eure Mutter. Und ihr könnt mir hinterher dackeln. Oh je. Na, fände Wichser. Schwachmaten sind jetzt. So, jetzt ist er tot. Oh, drei Stück. Oh, nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Uiuiuiuiui. Die Dinger haben mich gebremst, hab ich das Gefühl. Gehabt. Ach, noch einer. Ach nein, stirb doch einfach. Stirb. Gut. Das Zeug schnell da einsammeln, bevor es wieder verschwindet. Und das hier. Okay. Ich killen. Deine Mutter killen. Deinen Vater killen. Und ich habe erst 116 von 888. Nein. So ist das nun mal. Dann killt man 500.000 Viecher und dann muss man nochmal 500.000 killen. Oh. Ich geh da runter. Obwohl. Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn erwischt. Gut. Gut. Sind da noch? Okay. Wo wollte ich denn jetzt hin? Darunter. Oh. Ich hab gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Fakte darf ich nicht einfach so liegen lassen. Das ist wertvoll. Das andere Zeug, das kann ich liegen lassen. Ist zwar nicht gerade der Sinn der Sache, aber egal. Oh. Oh. Schon wieder eins. Was ist denn hier los? Und da noch eine Blume. Ein Blümchen. Oh. 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 So. Gibt's denn sonst noch was zu killen? Da. Da. Aber natürlich gibt es eigentlich überall zu killen. So. Oh je, oh je, oh je, oh je. Sie jagen mich mal wieder. FÜH! Nicht ich jagen dies, sondern die jagen mich. Gut. So lange die Stirn ist mir auch recht. Und so lange ich nicht sterbe. Vor allem so lange ich nicht sterbe. Okay. Sammeln wir wieder bisschen was, dann killen wir wieder bisschen was, dann sammeln wir wieder was und killen wieder. Ein Viertel habe ich noch nicht. Lange nicht. Für ein Viertel fehlen wir noch. So. Ja. Jetzt sind es 45. 44. Dann habe ich ein Viertel. So. Gut. Wieviel habe ich denn? 187. Pff. Wenn die nicht einfach nur überall rumschwirren würden, sondern da ist wieder was Schönes. Wieso fliegt jetzt nicht dahin? Oh. Oh. Das ist schon ein bisschen zu schön. Ach, stirbt doch. Arschi. Gut, tot. Wie viel waren denn da drin? Sechs Stück. Wieder zurück. Wow. Cool. Sehr cool. So mega cool. Oh. 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 Gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weg. 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 Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Ich habe doch Turbon. Ach, ich wieder alle. So, gut. Eieieieiei. Oh. Lasst mich doch einfach in Ruhe, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Naja. Ich würde sagen, dass ich euch in Ruhe lasse, aber in Wirklichkeit nicht. Oh, oh, da ist er. Arsch. Gut. Eigentlich nicht abkratzen, ist alles gut. So. Jetzt habe ich ein Viertel erst. Die müssen doch auch irgendwo spawnen. Ich muss nur die Höhle finden, wo sie spawnen. Und dann mich davor hinstellen und einfach drauf losballern. Bis alle tot sind. Am besten nebenher selbst noch verrücken. Haha. Naja, das mache ich ja sowieso. Wo könnte ich denn hingehen? Hmm. Neue Mission. Recycle 20 Heterogen Spill. Dann mach mir doch mal. Habe ich so viel, lieber Harms? Ich glaube nicht, da gibt es ja kein Heterogen Spill. Naja. Was geht jetzt denn, wenn ich das erledigt habe? Ach, nur ein bisschen Erfahrung. Also nicht so wichtig. Ich gehe jetzt trotzdem zum Recycle. Vielleicht habe ich da inzwischen genug für irgendein Abbrot. Oh, ja. Oh, ja. Oh, T. Oh, fuck, T. Ich bin ja nicht noch auf dem richtigen Weg. Somit das Seilding. Ja, bin ich. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Das macht ihr nicht. Aber die hinter mir machen das vielleicht. Seid keine Besonderer, oder? Der da oben ziehen wir so ein bisschen für Sünder ist raus. Ja, natürlich war das ein Besonderer. Erwischt. Gut. Dann düsen wir doch mal da runter. Nehmen wir noch mal irgendwelche Fuzzis mit. Und, wie weit geht das eigentlich? Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, geschafft. Gut. Ach, du große Kacke da. Obwohl die da frohe, glaube ich. Oh, ich brauche die, ich brauche die. Nein, ich brauche die nicht. Aber ich dachte gerade, es wäre irgendein Monster, wo mich vielleicht fehlt. Es hat ja irgendein Zehengelblätter da eingepackt. Mann, Mann, Mann. Der will mich doch verarschen. Schnell alles wopsen. Oh, gut. Das reicht. Dann gehen wir da kurz rein. Ja, da waren wir schon. Neue Mission. Recycle Data. Dings da. Ah, okay. Ah, schön für dich. Du hast da sterben. Oh, du auch. Und London. Doch, ich habe Hydrogen-Spill, aber nicht genug. Warte, fuck die. Ich hoffe, da sind welche drin. So, sortieren, recyceln. Deutscher Blau. Okay. Sind da welche drin? Hydrogen-Spill. Oh, ja. Gut. Take All. Take All. Ach. Schild. Schild. Kinedic Damage. Schild. Oh, 3,4% für alle Damage. Naja. Ach, egal. Okay. Dann Take Off. Und wieder L. Und... Recycle On. So. Mission erledigt. Oh, ich bin der Captain-Killer-Zwerg. 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 Ein Klimmchen mal wieder. Na ja. Oh, da gibt es wieder was Größeres. Gut. Ach, die haben einen Hydrogen-Spill. Schön. Jetzt sind wir mal da drüber und dann ballern wir... Nein, hier noch nicht. Auch hier jetzt. Gut. Aufladen. Und jetzt kommen die Mini-Scheißerchen wieder. Ich hasse euch. Ich hasse euch! Ah, die kleben auch wieder an mir fest. Na ja, klar. Gut. Schneeball, wir stehen im Weg. Gut. Jetzt hol's doch... Ah. Mann. So. Oben, irgendwo. Ja. Nein, kill, kill, kill. Gut, kill. Kill auch. Nein, das kann mir egal. Äh, bremsen. Nicht, dass ich noch in das Schneeballsystem reinkrach und tot bin. Wär nicht so klug. Es gibt ja so schon genug Schneebälle, die mir hinterher fliegen. Flieger fliegen. Flieger fliegen. Ja, die Flieger fliegen. Oh. Oh. Ah, jetzt kommt auch noch... Meteorit. Nein, 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 nein. Oh, ho, ho. Oh. Weg da. Aber was schön ist, den muss ich jetzt hinterher. Wenn der noch dahin oder dahin... Nee, ich... Ja, da ist er. Da ist er. Komm her. Gut. Schön tot sein. Und tot bleiben. Am besten auch. Ist da einer abgekratzt? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt das... Ding da? Keine Ahnung. Euch beiden auch noch killen? Hm. So. Gut. Habt ihr den Sonnenaufgang oder Untergang beobachtet? Wieso ist der nicht gestorben da? Zack, zack. So. Wieviel habe ich denn? 24.000? Ist hier irgendwo ein... ...ein Ding da? Ein Upgrade-Ding da? Research? Das sollte doch heimlich auch richtig sein. Ich gehe jetzt mal kurz da hoch. So. Wo ist das denn? Ähm... Ich stehe schon einer unterwegs. Es ist alles Platz zu machen. Sieht ganz so aus. Na dann. Obwohl landen könnte ich ja trotzdem mal. Vielleicht war ich ja noch nicht da. Ja, ich war noch nicht da. Na dann könnte ich mal geschwind gucken. Collect. Ähm... Hat er auch nicht genug. So. Warte Fakte. Ein neues... Blau. Kann schon so einen da... Ai, 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 ai. Ich will es gar nicht sehen. Oh, hallo. Schnell weg. Vor dem ich noch blatt machen. Ach, da kommt ja ein blaues. Zwei leben noch. Eins. Okay. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Oh. Das ist wieder unser Freund. Der große, der gelbe. Tode. Gleich. Auch nicht. Ah. Stirb. Gut. Sechs Stück waren drin letztes Mal. Und diesmal... ...wieder sechs. Cool. Was ist denn? nööööööe? Boi... So... Oh man... Isch... pielerot. So... So... Oh man, ist isch wieder rot. Ach das sind wieder diese kleinen Scholeschen. Ich hasse euch. Ich hasse euch! Stirb! Da ist auch gleich tot gewesen. Gut so. Oh je, oh je, oh je, jetzt kommen sie alle. Oh je, und von hinten auch noch. Mann, 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 Mann. Ja, wisst schon, dass ihr nervt, oder? Und gleich wieder. Oh nein, da will ich jetzt nicht hin. Oh, sie kommen. Es sind ja nur drei. Nur. Jetzt mal kommt keiner. Das freut mich auch. Das machen wir jetzt. Oh, gut. Und jetzt kommen die Arschgesichter auch noch. Na, super. Und jetzt hier auch noch solche. Oh je. Oh, dieser Arsch-Tot. Das kann ich hier wieder von hinten. Oh, viel. Ja, Hunde. Oh nein. Ich hasse euch. Lass mich doch einfach in Ruhe hier. Ja, das kann ich noch mal hier. Gehen wir noch mal da hin. Jetzt sterbt doch endlich, ihr Saftsäcke. Oh nein, da sind die Minis. Mini-Fuzzis. Habe ich irgendwas gekillt? Ja, irgendwas. Oh, da kommt schon der nächste Schneeball. Oh man, jetzt sterbt er auch einfach. Oh, ich habe zwei gekillt. Noch eins und noch eins, ja. Hätte ich auch gut. Soll ich das holen? Ja, geht. Hat geklappt. Ganz knapp. Wenn ich an der Sonne, nein, am Kometen vorbeigehe. Du bist. Jetzt kommen wieder noch mehr solche Selbstmorddinger. Die mir einreden wollen, dass ich Selbstmord begangen habe. Oh je. Gut. Ja, sehr gut. You found a Plankton Siphon, Gwent. So, irgendwas. In der Art. Siphon. Siphon. Ich habe ein Xylophon gefunden. So, jetzt macht eine Plume platt. Los, gut. Dann müssen alle drei, genau so macht man das. War ich da jetzt eigentlich schon? Sieht alles doch gleich aus. Ja, hier war ich schon. Naja. Gut, Freunde. Dann machen wir hier wieder einen Cut. Und es geht dann übermorgen weiter. Hier in Astroflux. Mit unseren 888 Dingern, die wir killen müssen. 540 Fällen noch. Bis übermorgen dann. Tschüss.